Eure Wünsche wurden erhört und ML24.shop und TopTon Deutschland hat für euch wieder Neuigkeiten. Das TopTon Phoenix Max könnt ihr jetzt auch ohne einen Oszilloskopen erwerben. Und die Leute, die einen TopTon Phoenix Elite haben, TopTon Phoenix Smart oder die anderen Phoenix Modelle, ihr könnt jetzt einen Oszilloskopen separat erwerben und den könnt ihr an euer Gerät anschließen. Was? Du bist eine Kfz-Werkstatt und du kennst den TopTon Phoenix Max immer noch nicht. Was ist denn los mit dir? Du hast einen Gutmann, du hast einen Bosch, du hast ein Auto-Gerät. Ein Lounge. Nein, du willst den Max nicht kaufen, weil der einfach viel zu teuer ist. Aber die Updates für deinen Gutmann oder Bosch-Tester sind immer noch zu teuer für dich. Ja, dann hol dir doch einen Light 2. Der kann schon mehr durchführen als euer Gutmann. Hat eine größere Fahrzeugabdeckung und kostet gerade mal so viel wie euer Update. Ach, aber ihr wollt ja ein Upgrade von eurem Gutmann oder Bosch-Tester und ihr wollt kodieren und programmieren können. Dann holt euch doch das TopTon Phoenix Smart. Er hat auch schon die große MDCI. Unterstützt auch schon das Protokoll DOIP und kann mit einem Oszilloskopen erweitert werden. DOIP, das brauche ich ja gar nicht. Okay, wenn es dir KNFD und die anderen Protokolle ausklang, dann holst du dir halt das TopTon Phoenix Elite. Oszilloskopen. Update. Du machst immer noch so und hast keine Ahnung, was du dir holen sollst? Ja, dann schreib uns gerne mal an. Geh doch einfach mal auf ml24.shop vorbei. Geh dir einfach mal, geh dir einfach mal, wenn du eine professionelle KFZ-Werkstatt bist oder zumindest professionell wirken willst, möchtest. Ich hätte auch niemals gedacht, dass die an einem Phoenix Light 2, an einem Low-Badget-Gerät auch in Oszilloskopen mit integrieren werden. Was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen? Vielen Dank.